ja hallo und tüdülü zurück bei torchlight 2 dumm 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 ich und sind immer noch hier in der ja ja die irgendwo raureif hügel irgendwo ja ja aber uns ist aufgefallen hier war noch ein gebiet wo wir noch nicht erforscht haben deswegen gehen wir jetzt nicht gleich wieder runter sondern gucken erst mal hier oben ja richtig zum beispiel hier viel spaß ich bin tot nein nein hör doch auf nein hör doch auf nein ich lauf weg nein hör doch auf wieso bist du tot ja ja ich flüchte ich flüchte ich flüchte ich flüchte ich flüchte ich bin nicht schon wieder da ja ja ich flüchte immer noch okay 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 gut alles klar ich komme zurück Okay, ähm, ja. Guter Start für'n Game. Ja. Einfach mal fett draufgehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du lockst schon wieder welche an? Natürlich. Ja, 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 ja. Bam. Ja. Ähm, ich packe mir mal kurz ein paar große Heiltränke. Äh, ich würde jetzt dahinter erst mal den Typ fertig machen. Äh, kaboom. Ich bin ein Tier, also. Ich bin ein Tier. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Beginnt schon mal gut, aber ich hab einen Stufenaufstieg. Na super, ich bretze hier alle weg und du kriegst schon einen Stufenaufstieg, oder was? Das wird kack. Du musst mich. Ja. Voll der EP-Schnorrer. Na schon. Ich geht. Äh, ja, genau. Und zwar. Ähm, hab ich vor, wenn ich jetzt... Au. Die Zehn-Abonnenten-Grenze geknackt hab. Ja. Ja. Ähm, egal wann, aber wenn ich die Zehn-Abonnenten-Grenze geknackt hab, dann werde ich, äh, ab da die weiteren Folgen von Torchlight 2 mit Facecam aufnehme. Ja. Oh, jetzt aber. Ja, dann sieht man sogar die Fratze hinter der Stimme. Oh Gott. Richtig. Ich bring dir was mit da dafür. Da verreckt dran. Stopp. Die sind nicht so stark, aber irgendwie die Fläder-Grenze. Ja, ja, die sind übel. Das wird den Leuten wirklich anfühlen mit Facecam. Ja. Sobald ich die Zehn-Abonnenten-Grenze geknackt hab, dann gibt's Torchlight 2 mit Facecam. Okay. Ja. Das hab ich mir jetzt vorgenommen, äh, und das werde ich auch so machen. Dann gibt's panische Gesichtsausdrücke, Emotionen und noch viel mehr. Oh, da ist große. Oh, ja, ba, ja, ba, ja, ba, ja, ba, ja, ba. Was? 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 Äh, große, große. Ah. Voll eine, eine Putsche. Voll rein Sprayer. Boah. Kimtor. So. Huh. Oh, ja. Ja. Ah, es wird schon schwieriger? Ja, ein bisschen. Ja. Zumindest, äh, bin ich noch nicht gestorben in der Folge. Direkt am Anfang. Aber okay. Kommt vor. Ja. Da ist doch noch mehr hier oben als gedacht. Ja, ist, äh, wir haben nicht so ganz die Höhle abgecheckt. Nee. Deswegen gleich runter gerannt zum nächsten. Ja, hier splittet sich's nämlich nochmal. Ja, nochmal. Ah, kacke. Entsитесь. Hörnsch. Auch, tief. Oh, tief. Tschüssch. Oh, tief. Teuf знfilm. Jett, mach domin, acht. Uschi, Uschi, komm her, Uschi. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Puh, okay. Uschi ist wieder voll. Oh Gott, Fledermäuse. Hallo, 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 hallo. Ja. Kannst du mal aufhören, hier irgendwas anzulockern und mit mir kurz über das Spiel reden? Ja. Danke. Okay, wenn Uschi fast am Sterbe ist, dann kann ich ja einen Heiltränk auf die rüberziehen. Ja, genau. Muss ich dann aber jedes Mal die Menge an Heiltränke, die ich habe, rüberziehen und dann erst rüber auf rechts klicken. Weiß ich jetzt nicht, das habe ich letztes Mal auch geguckt, aber... Weil wenn ich jetzt in meinem eigenen Inventar auf rechts klick, klick, rechts klick, dann nehme ich den ja selber. Ja. Also muss ich es immer rüberziehen und rechts klicken. Ja. Kann man die nicht irgendwie splitten? Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe jetzt halt 13 große Heiltränke, weißt du, dass man die halt irgendwie splitten könnte und ich Uschi halt mal 5 Stück oder so gäbe. Ja. Wäre ja viel einfacher, aber irgendwie... Hm. Ich wusste doch nicht nennen. Nö. Okay, dann muss man halt jedes Mal hin und her Geschiebe machen. Egal. Oh, hier sind die Truhe. Äh, Frage geklärt. Hui. Boah, ja, Geld, 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 Geld. Okay, weiter geht's. Weiter. Über die Brücke. Über sieben Brücken musst du gehen. Echt? Ja, sieben dunkle Truhen vor dir stehen. Was? Ja! Oh, 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 uncool. Oh, oh, habe einen Stufeaufstieg. Warte kurz. Sag mal, ich alter hier ja um Jahre, wenn ich das Spiel spiele. Ist ja widerlich. Seh ja noch beschissener aus. Alter, überlegt euch mit der Webcam. Ja, ich wollte es gerade sagen, dann lasse ich es lieber mit der Facecam, wenn ich noch übler aussehe. Ja. Ja, das ist das da. Okay, weiter geht's. Oh, 8 Gold. Meins. Oh, 6 Gold. Meins. Oh, Gegner. Meins. Ja. Oh, Entschuldigung. Boom. Boom. Ja. Hier ist ein... Warte, oh, was ist das? Ein Goblinsack. Hier. That's what she said. Ha! Nein. Okay. Entschuldigung. Ich habe zu viel Kaffee heute rum. Und ich bin hyperaktiv. Oh, apropos. Hyperaktiv. Kennst du ein paar Storys oder? Nein, Kaffee. Achso. Okay. So, jetzt zurück. Also geht's nur noch einmal da rüber. Dahinter schimmert noch irgendwas auf der Map durch, aber da kommen wir uns gerade nicht hin. Das heißt, über die Brücke und dann geht's weiter. Halt, warte, warte, warte. Ich muss mal kurz in mein Inventar gucken. Ach ja, geht noch. Geht noch. Alles cool. Habt noch Platz. Ja. Okay. Oh, geil. Oh, ja. Oh, ja. Geld, 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 Geld. Skelett. Oh Gott, Fledermäuse. Ja, ja, ja. Ich sehe es auch gerade. Aber es hält sich bei Grenzen. Ja. Hui, ja. Okay. Okay. Boah. Übel. Okay. 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 Oh, der ist größer. Ja, etwas. Aber die gehen eigentlich auch noch. Aber der Ex-Bild. Ich muss die Fledermäuse jetzt nicht. Ja. Das war's dann hier auch schon, oder? Nein, hier liegt nur 5 Gold. Und da ist schon ein Gegner. Ha, 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 ha. Erschossen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Kann man da nicht runterhüpfen? Nein. Nein. Von da kommt mir. Los. Ja. Ich wollte es so gesagt haben. Ich hänge voll fest. Lauf durchs Feuer. Alles klar. Na, ist schon okay. Dann können wir jetzt wieder runtergehen. Ja. Auf nach Eishuf. Na was? Eishuf. Alles klar. Oh, Mann. Da unten durfte es ziemlich abgehen, glaube ich. Weiß ich nicht. Weil kein Geld mehr. Ja. Real life. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. True story. Oh mein Gott. Nein, ich bin jetzt still. Also runter. Zu Eishuf. Ja. Alles klar. Ladebildschirm. Bin wieder da. Hallo. Jo. Äh. Das ist nicht Eishuf. Was tust du? Hallo? Oh, yeah. Ein Connect lost. Ja. Der gute Wayne ist jetzt einfach mal gerade abdampft. Und ich setze jetzt hier mal ein kleines Schnitt rein. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Truppe vollständig ist. Ja, so. Äh. Die Truppe ist wieder zusammen. Na? Connect wieder gefunden. Äh. Ein Dankeschön an meinen Internetanbieter. Ich möchte hier keine Namen nennen, aber leck mich. Kannst du weitergehen? Kann weitergehen. Gut. Ab zu Eishuf. Ist das Eishuf da? Nein. Oh, scheiße. Ich lache nicht mehr, ich lache nicht mehr, ich lache nicht mehr, ich lache nicht mehr. Oh mein Gott. Boah. Ja, 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 ja. Okay. Nice try. Okay, cool. Hoppa, da kommt schon der nächste. Ist das Eishuf? Ich stand gerade über, nee, ist nur ein Spalthut. Na, super. Äh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm. Müssen wir da rein? Ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, okay, okay, nice. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist Eishuf. Jetzt. Das ist Eishuf. Oh, ich bin tot. Fuck that shit. Ich geh mal hoch und warte auf dich, oder komm mal raus. 16.000? Was? Soll ich hoch und oben warten? Nein, ich komm, ich komm. Aber das kostet 16.000. Ja. Hab ich so viel? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Really? Oh mein Gott. Der Eishuf ist übel. Nein. Äh. Hast du nicht? Ne, hab ich nicht. Ja gut, dann. Ich muss in die Stadt. Ich muss in die Stadt. Ja gut, ich mach nen Pottl, dann können wir durchs Pottl wieder zurück. Ja, ich muss in die nächste Stadt. Locki wurde getrennt. Artschaft? Ja. Warum? Ich weiß es nicht, aber du bist nicht mehr da. Aber ich bin nur im TS. Ja. Oh. Hege gerade keinerlei Aggressionen gegen meinen Internetanbieter. Nein. Kann aber gar nicht sein, weil ich nur im TS bin. Also, hä? Du bist nicht mehr in der Partie drin. Ja. 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 Weil ich in der Hauptstadt jetzt würde... Hm. Okay. Okay. Ja. Jetzt sieht jeder hier mal das Menü und so. Schön. Klasse. Äh. Das Passwort, das ich jetzt eingeben muss, bleibt natürlich geheim. So, da machen wir dann nachher ein kleines Schnitt rein. So, Passwort ist eingeben. Äh, du bist aber auch... Nö. Ja. Ja, ich nehme nur auf. Jo. Okay. Äh, ja. Die wolltet gerade 16.000 Tacker von mir, damit ich da wieder gespawnt werde. So, weiter geht's. Äh, krasser Shit. Ja, doch. Willst du auch noch kurz verkaufen, oder? Äh, warte kurz. Nö, 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 nö. Okay. Dann geh mal durchs Pottl. Ich Pottl. Abnormaler Shit. Also, der wird... Na, der wird saftig. Ja. Ich warte hier auf dich. So, da ist er. Und runter? Äh. Wirklich? Ja, klar. Ja. Ich fasse es nicht. Ich geb erst mal hier, äh, so'n Fisch. Na, hab ich auch gerade gemacht. Ist ja brutal. Sollen wir wirklich? Ja, muss halt. Muss. Oh, Wushi ist ne Kiste. Ja, ja. Okay, und los. Jetzt nicht wirklich, oder? Von vorne wieder. Oh, ich sprae jetzt von Anfang an gleich voll rein. Wo ist er denn? Äh, da, 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 da. Eisrufe, ich da. Eisrufe, ich da. Eisrufe, ich da. Eisrufe, 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 ich da. Eisrufe, ich da. Eieieieieieieieieieieieieie. Oh mein Gott, der war knapp. Der war knapp. Mach keinen Scheiß. Brutzelt sich aber auch ein Ripp. Zur Not, Flucht durchs Portal. Flucht durchs Portal. Ja. Okay, okay, okay. Ich hab nicht aufgegangen. Ich spray rein Der steht grad zum Glück nur Oh mein Gott, oh mein Gott, der drängt mich gerade in die Ecke Oh mein Gott, der hat mich in die Ecke drängt Ist weg, ist weg, ist weg, ist weg Ist weg, ist weg, ist weg Ist weg, ist weg Yo, yo, ho, ho Oh ne Bull voll Rum Oh Alles klar Ich bin, ich bin Voll ein Knäpp Oh Yo Läufst Du, du läufst gerade nicht rum, du stehst auf einer Stelle Ja Ich hab nämlich grad schon wieder die Panik gehabt, dass mein Internetanbieter Nein sagt Welcher Internetanbieter? Ich, ich, ich möchte jetzt nicht Namen nennen, aber Einer der, äh, größeren Sag ich jetzt mal Boah Ja, dann, äh, tausche ich doch glatt mal den Ring hier mit dem So Ich hab hier grad so ein Ring gefunden Ich hab ein Stäbchen gefunden Ja, aber, äh, ansonsten hat er echt Nichts Gutes fallen lassen Nö Überhaupt nicht Also für die Größe Ja, da hätte ich mir jetzt eigentlich mehr erhofft Ah, da sind noch ein paar Gegner Oh Mann, ey Ja, langsam Bitte Ruhe Oh, oh, oh Was ist da noch? Oh, oh, da ist noch ein Ding Ja, ist da Wär auch zu einfach gewesen Ja Spray rein Oh, oh, oh Euer Ruhm ist gewachsen Oh, ich hab, äh, mein Ruhm ist gewachsen Und der Kackstift in meiner Hose So Oh Gott, da kommen noch mehr Oh Gott Ich hasse Hass Hass Lasst mich in Ruhe Ich hab euch nix getan Okay, ich hab euch umbracht Oder Freunde von euch Trotzdem Okay Unten ist noch ein Sternchen Ich will nicht mehr So, möchtest du drunter gucken? Da kommt bestimmt wieder irgend so ein Huftier Ja, ich komm, ich komm, warte, 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 warte Boah, tschüss Sag mal Let's the clip Okay, ich komm Hörte Spaß aber auch auf hier Ja Notiz des Alchemisten Lesen? Was? Hier ist kein Ach so, das Ding Ja Okay Ach, Uschi irritiert mich voll Uh, äh Ein Anfall Oh Die Quelle der Infektion zu entfernen Oh Ja, klingt gut Äh, ja, klingt... Spaß Okay, yeah Äh, ja, ja Okay Okay Annehme weiter Ja Alles klar Okay Gut Äh, hier unten weiter oder erst nach rechts Jaa, bl специ Huh, hier Gold Oh nein ACH GOTT sage mal wo kommt die ganze meute immer her okay nochmal lesen alles klar wächter töten ist immer klar natürlich klar nehmen auch ein mehrere wächter ach nee sag sache ja logisch nehme ich die an zwei von drei alles klar ja eine fehlt noch ja das dürfte die dahinter sein wollen wir noch gegner ja natürlich was für eine frage nein war geil ich habe eine umbracht hat ok das rüstung dar da 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 auswirkungen alles klar 2 von 3, 3 von 3, hey, yeah, unsere Aufgabe ist erledigt, ja doch, zurück, also zu dem Poddel da nach hinten, so, was, da hat's ja ein Poddel, zur Oberfläche, äh, falsch klopfe, tschuldigung, ja, so, oh, jetzt ist noch eine vergessene Truhe, oh my god, damn it, yeah, Geld, 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 Geld und irgendwas, okay, 1, 2, 3, Portal, oh yes, oh my goodness, okay, ich bin am Start, ich quatsche mit, ja doch, hallo, ja, 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 Rüstung, alles klar, wahnsinn, geil, oh yeah, okay, was nehm ich, ich nehm, ich gönne meine Uschi natürlich, eine, naja, ich hab auch, eine Amulett, so, das kriegt sie gleich, ja, ja, das kriegt sie gleich und, ähm, mit diesem unfassbare Schmuckstück an Uschis Lama-Alpaka-Hals, was soll man, äh, würde ich sage, hören wir jetzt mal hier so spontan auf, ja, dann sieht man sich in der nächsten Folge, ne, in Torchlight 2, dam dam dam, Bis dann, lasst sich gut gehen, ciao, ciao Bis dann, 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 bis dann Vielen Dank.